Haben die Tech-Werte jetzt ihren Boden gefunden? Wir werden sehen, aber die Bullen, die also sagen, ja Mensch, viel zu günstig jetzt schon Tech, muss ja irgendwann wieder steigen. Ich erinnere mich so ein bisschen an die Fans des Hamburger Sportvereins HSV. Ziemlich gute Vergangenheit, ziemlich trübe Gegenwart und ziemlich unsichere Zukunft. Und wir sehen, dass die Bullen sich aber nicht beirren lassen. Und heute ist ein bisschen Auftrieb bekommen. Warum bekommen die Auftrieb? Nun, weil die Erwartungen an steigende Zinsen ein bisschen zurückgehen, aber die gehen aus einem weniger schönen Grund zurück, nämlich weil die Wirtschaft sich offenkundig eintrübt. Und man könnte sagen, naja, das ist nicht wirklich eine Win-Win-Situation jetzt für die Unternehmen, dementsprechend für die Aktienkurse, wenn eben der einzige Grund ist, dass die Hoffnung da ist, dass die Zinsen sinken, weil eben die Wirtschaft sich eintrübt, dann werden sich nämlich auch die Gewinne eintrüben. Und wenn die Wirtschaft sich nicht weiter eintrübt und nicht in eine Rezession fällt, dann wird die Inflation hoch bleiben und dann muss die Fed dennoch mit Zinsanhebungen weiter dagegen steuern. Also so richtig konsistent erscheint es mir nicht, aber es wird heute gespielt. Aber wahrscheinlich gibt es auch technische Gründe in dieser überverkauften Situation, gerade bei den Tech-Titeln, dass da heute im Tech-Bereich ein bisschen was nach oben geht. Etwa Aktien wie Tesla, die ja zuletzt stark verprügelt wurden. Schauen wir uns mal hier die Rate-Hike-Expectations an. Und da geht ein bisschen wieder etwas nach unten. Und vor allem die Erwartungen an diese ganz sicheren Zinsanhebungen von 0,5 Prozent. Sowohl im Juni als auch im Juli gehen etwas nach unten. Hier sehen wir das in der unteren Grafik. Nicht viel, aber es geht zumindest nicht weiter jetzt nach oben. Man scheint so ein bisschen jetzt zu sagen, naja, irgendwann wird die Fed doch nervös werden müssen, wenn die Konjunktur sich deutlich abschwächt. Und in dem unteren Chart sehen wir hier diese grüne Linie, Subsequent Rate-Cut-Expectations, also die Erwartungen, dass die Fed nach Zinsanhebungen dann die Zinsen wieder senken muss. Die steigen relativ deutlich. Und das wird unterfüttert durch Nachrichten etwa Chinas Premier Li Keqiang hat heute gesagt, Chinas Wirtschaft steht vor Schwierigkeiten, die größer sind als im Jahr 2020 während Corona. Indien zum Beispiel in Sachen Deglobalisierung hat jetzt nicht nur Weizen-Exporte verboten, sondern jetzt auch Zuckerexporte eingeschränkt. Und Indien ist der größte Zuckerproduzent der Welt. Also diese Entflechtung, diese Entkoppelung aus Sorge vor zu steigenden Preisen im eigenen Land, aus Sorge vor Hungersnöten im eigenen Land, sind viele Produzenten nicht mehr bereit, die Welt jetzt zu beliefern. Und all das trägt natürlich dazu bei, dass man sich über die Wirtschaft durchaus Sorgen machen kann, oder um die Wirtschaft durchaus Sorgen machen kann. Und wenn die Wirtschaft absäuft, so die Logik, naja, dann werden die Zinsen natürlich nicht ins Unendliche steigen können. Denn hier sehen wir nochmal den City Economic Surprise Index, jetzt auf dem tiefsten Stand seit November 2019. Hier Dario Perkins merkt belustigt an, also die Ökonomen haben jetzt von den letzten 153 Rezessionen immerhin 5 richtig vorhergesagt. Das ist eine sensationelle Quote. Ja, also wenn meine Vorhersagen so stark wären, dann würde ich keine Videos mehr machen, meine Damen und Herren. Geld, dann säße ich jetzt irgendwie auf einer Insel. Also das ist schon eine große Leistung. Und wenn wir uns diesen City Economic Surprise Index mal anschauen, Monthly Changes, also Änderung zum Vormonat, dann sind wir jetzt so tief gefallen, wie seit der Finanzkrise nicht mehr mit Ausnahme des Corona Crashs oder dieser Corona Situation. Und jetzt kommt eben noch hinzu, dass in den USA etwa Natural Gas, Erdgas, auf ein neues Hoch seit 14 Jahren gestiegen ist. Also der inflationäre Druck, der bleibt. Und das wirkt natürlich ein Stück weit die Konsumbereitschaft ab. Wenn die Leute mehr für Energie bezahlen müssen, dann können sie weniger konsumieren. Wenn sie weniger konsumieren können, ist das nicht gut für die Wirtschaft. Und das Ganze gilt auch jetzt für die Inflationserwartungen. Wir sehen also trotz neuem Rekord an den Tankstellen in den USA, dass die Inflationserwartungen, die längerfristigen Inflationserwartungen, nämlich die für die nächsten 5 bis 10 Jahre, also ab 5 Jahre bis dann 10 Jahre, die merkt, die sind manchmal total crazy. Also die handeln eine Erwartung, die in 5 Jahren eintritt und dann in den nächsten 5 Jahren dann schwamm drüber. Also auf jeden Fall Inflationserwartungen, meine Damen und Herren, und die gehen nach unten. Das ist jetzt der tiefste Stand seit März. Also man sagt sich, irgendwie wird diese Inflation, werden diese Probleme, die Wirtschaft so unterdrücken, dass auch dann irgendwann die Preise fallen, nach dem Motto, die beste Kurve, hohe Preise sind eben hohe Preise, weil irgendwann die Leute nicht mehr bereit sind, hier zuzugreifen. Und dass die Lage durchaus kritisch ist, sehen wir heute auch mal wieder bei den langlebigen Auftragsgütern, an der Wirtschaft in den USA. Die waren jetzt keine Katastrophe, aber der Vormonat wurde ziemlich deutlich nach unten korrigiert. Alle Kategorien mit einem Miss, also mit einer praktisch Verfehlung der Erwartung. Wir hatten gestern die New Home Sales, also die neuen Hausverkäufe, Miserable Richmond Fed, dann die Warnungen von Snap, von Walmart, von Target und so weiter und so fort. Und wir sehen auch jetzt bei den Zahlen der Unternehmen oder bei den Berichten der Unternehmen, dass die Earnings Revisions, also da, wo die Unternehmen im Prinzip sagen, wird doch nicht so mit dem Gewinn, so etwa heute in Deutschland Nordex, das ist deutlich jetzt in den negativen Bereich gerutscht und ist jetzt so schwach wie seit zwei Jahren nicht mehr, wie seit Mai 2020 nicht mehr. Und ein Unternehmen, das heute wieder herausgestochen ist, ist Dick Sporting Goods, in den USA durchaus sehr, sehr bekannt. Aktien dann auch wieder zweistellig im Minus, nachdem man eben seine Prognosen für die Zukunft, seine Gewinnerwartungen deutlich nach unten genommen hat, weil man gesagt hat, es wird alles a bit easier schwieriger. Ja, was macht die Fed draus? Ich hatte auf diesen Volker-Moment von Jerome Paul ja verwiesen, der gesagt hat, we bring inflation down whatever it takes. Das war so eine Art Mario Draghi-Rede, nur umgekehrt. We do whatever it takes to preserve the Euro. Paul hat gesagt, we do whatever it takes to bring down inflation. Und beide sind ja extrem erfolgreich mit ihren Programmen. Und schauen wir uns mal an hier. Der Jay, der hat gute Laune. Der hat den Nasdaq jetzt begraben. Der ist ja deutlich nach unten gekommen. Aber insgesamt, denkt sich die Fed, auch das hat er schon mal thematisiert, naja, ist noch nicht viel passiert. Wir stehen ja deutlich immer noch über den Allzeithochs aus dem Februar 2020. Damals ja 3.400 Punkte etwa im S&P 500. Jetzt sind wir immer noch weit drüber. Also who cares? Das ist noch kein Problem, denkt sich der Jerome Paul. Aber es ist ja so, das ist ja, sagen wir mal, eine erzwungene hawkische Wende gewesen. Denn Joe Biden hat ihm gesagt, dem Jay Paul, bring me inflation down, sonst habe ich ein Riesenproblemchen. Warum ist möglicherweise Joe Biden in der Lage, so ein bisschen die Aktienmärkte zu opfern und diese Haltung auch auf Paul zu oktroyieren? Nun, weil wir diese Grafik hier sehen, die unteren 90% der amerikanischen Bevölkerung, sofern man dann von unteren sprechen kann, die haben nur 11% der Aktienanteile, stehen aber für etwa 80% des Konsums in den USA, während die oberen 10%, 90% der Aktien haben, aber nur für 22% des Konsums stehen. Und für die Amerikaner, für die US-Regierung, auch für die Fed ist wichtig, wir müssen den Konsum am Laufen halten. Und wenn jetzt ein Milliardär etwas weniger konsumiert, dann ist das vielleicht nicht so ein Problem oder vielleicht wird er auch gar nicht weniger konsumieren, wenn seine Aktien etwas weniger wert sind oder seine Immobilien. Aber wenn derjenige, der gerade so über die Runden kommt, nicht mehr adäquat konsumieren kann, dann gibt es ein soziales Problem, das die Politik nicht ignorieren kann. Also Joe Biden denkt sich vielleicht, naja, das ist ja eh nicht meine Wählerklientel, diese Superreichen. Dann geht es mir ja doch eher um diese 90%, die kaum Aktien haben. Vielleicht ist das dann gar nicht so schlimm. Ist eine These, ist eine Vermutung, muss nicht stimmen. Aber schauen wir uns mal an, die Stimmen hier etwa von Daniel Eckert, der von der Welt, der sagt, der Mai 2020 wird uns als der Monat ins Gedächtnis einbrennen, in dem wir realisiert haben, ja, vielleicht manche schon früher realisiert gehen, aber wir haben realisiert, dass die Zinswende wirklich kommt und keine Chimäre ist. Das hat natürlich Folgen für jede Anleihe, Entscheidung und Strategie. Und dann listet er hier die großartigen Zahlen, etwa der US-Tech-Unternehmen auf, die ja mit Microsoft, Apple, Alphabet und Amazon vor allem die Märkte ja lange oben gehalten haben. Und da ist schon eine gewisse Verzweiflung bei den Bullen, denn jetzt sagt der CNBC-Börsen-Clown, ja, irgendwo, nämlich Jim Cramer, irgendwo ist immer ein Bullenmarkt, gell? Ja, nein, also hier habe ich ein Beispiel aufgeführt, etwa Gasoline-Prices, also Tankstellenpreise, neues Allzeithoch in den USA. Das ist ein Bullenmarkt, gell? Vielleicht ist er da investiert, der Jim Cramer, ne? Dann kann es ihm ja wurscht sein, wenn die Tech-Werte abstürzen. Nein, Jim Cramer ist ja ein sehr, sehr guter Kontraindikator. Ich würde immer sehr genau verfolgen, was der Mann macht, damit Sie wirklich wissen, dass das Gegenteil auch wirklich eintritt. Aber es ist doch durchaus so, dass die Lage für Menschen, die eher den unteren Einkommensschichten zuzuordnen sind, schwierig ist. Und das nicht nur in den USA. Etwa 10 Millionen Briten, die haben jetzt im April ihre Ausgaben für Essen eingeschränkt, eben weil die Inflation ihre Einkommen so stark belastet. In den USA etwa werden in vielen Restaurants die Portionen kleiner gemacht. In Frankreich wird jetzt wahrscheinlich eine breite Ausgabe von Lebensmittelkarten stattfinden, was in den USA ja schon seit Jahrzehnten der Fall ist. Und was machen wir grandioserweise in Europa? Da hat heute etwa Rehn von der EZB gesagt, ja, wir werden so unsere Wachstumsprognosen mal ein bisschen nach unten nehmen. Okay, und das ist natürlich eine super Geschichte. Erst erzählen wir den Leuten, dass wir also das QI beenden und die Zinsen anheben oder wir erzählen ihnen, dass die Negativzinsen enden müssen und werden irgendwann, und dann nehmen wir mal unsere Wachstumserwartungen nach unten, um uns vielleicht die Basis zu schaffen, dass wir dann sagen, ja, aber geht doch nicht anders, wir müssen leider an dieser ultralachsen Geldpolitik festhalten. Guckst du Wirtschaft? Auch möglich, möglich ist es. Und hier sehen wir mal ein Chart des Scheiterns, ein Dokument der Prognoseschande, der könnte man sagen. Hier sehen wir, das ist eine Grafik von der EZB selbst. Das darf man Ihnen hoch anrechnen, dass sie ihr Versagen so wunderbar selbst dokumentieren. Und hier sehen wir die Erwartungen der EZB-Staff, der Projections. Also da gibt es über 1000 Leute, die nichts anderes tun, als solche Prognosen zu erstellen bei der EZB. Die könnten wir uns alle schenken. Aber sei es drum, hier sehen wir dunkelblau, die reale Inflation und hier die verschiedenen Prognosen aus den verschiedenen Monaten, jetzt aus den zurückliegenden 4, 5 Monaten. Also es ist immer höher gekommen mit der Inflation, als die EZB geglaubt hat. Und inzwischen, und das hat Lagarde heute auch nochmal in Davos gesagt, Zinswende ist eingeleitet, ist eingeleitet. Und jetzt gibt es noch die letzten Mohikaner, das gallische Dorf namens Panetta, der Italiener, der auch im Direktorium der EZB sitzt, der gesagt hat, ja, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, weil sonst ist ja die Wirtschaft, ist sie auch fragil. Also die Italiener leisten Widerstand. Aber, und das scheint mir nicht sehr aussagekräftig oder nicht sehr zukunftsträchtig zu sein, denn, und das haben die Medien überhaupt nicht bemerkt. Lindner hat gestern der deutsche Finanzminister eine Rede gehalten, die eine totale Klatsche für die EZB ist, fast einer Entmachtung der EZB gleichkommt. Das hat mein Kollege Georg Habe nicht super herausgearbeitet, wo er zeigt, dass das im Grunde eine Art Kastration der EZB ist, in dem Lindner mehr oder weniger sagt, so, jetzt gibt es aber das politische Primat und nicht mehr die Unabhängigkeit der Notenbank. Ob sich Lindner damit selber ins Knie schießt, das sei mal dahingestellt. Aber es zeigt, dass hier Druck passiert, dass Lagarde offenkundig sehr, sehr schwer unter Druck ist, auch aus Deutschland, jetzt endlich etwas gegen die Inflation zu tun. Über die Entmachtung der EZB-Spitze ist der Untertitel, werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Erster Artikel, zweiter Artikel, auch interessant, USA mit Exportstopp für Benzin und Diesel. Ich hatte Ihnen vorhin gezeigt, dass die Tankstellenpreise so hoch sind wie noch nie, die Erdgaspreise so hoch wie seit 14 Jahren nicht mehr. Und da gibt es natürlich dann auch Amerikaner, die sagen, warum exportiert ihr das Zeug nach Europa? Heute hat etwa RWE einen Vertrag geschlossen mit Flüssiggasanbietern in den USA. Warum exportiert ihr das Zeug nach Europa, wenn wir es doch selber hier brauchen und uns die Preise hier durch die Decke schießen? Hochinteressant, ob die Amerikaner dann wirklich das einhalten werden, diese Lieferzusagen, die sie gegeben haben und das war der zweite Artikel und jetzt abschließend, meine Damen und Herren, war das die Zeitenwende am Aktienmarkt. Da diskutiere ich mit zwei Buhlen, Stefan Risse und Daniel Saurinz. Das könnte für Sie ein echter Hammer werden, denn da werden die Argumente richtig um die Ohren geknallt. Es macht, glaube ich, Spaß zuzuschauen. Ab 19 Uhr, meine Damen und Herren, den Live-Link packe ich Ihnen hier gleich als erste Empfehlung mit rein. Einfach da draufklicken. Ab 19 Uhr geht es los. Jetzt sage ich Servus und Ciao. Morgen keine Videos, außer der Himmel sollte uns auf den Kopf fallen, es passiert etwas Dramatisches. Ich sage Servus, schönen Freier Tag. Ciao.